Ganz knapp vom Olli, Olli auf der 2, Perry auf der 3, Galia auf der 4, Stromweiter auf der 9, Sofakämper auf der 8, echt stark. Wie ist das jetzt, wenn man mit Gelbem startet, Margot Weiße? Der sagt Gelb-Weiß. Also bei Gelb-Rot werden wir hier lauter so Sachen mit über 70% Abnutzung vorgeschlagen. Ja, du, geh davon aus, es kommt 60 Kars. 39 Runden, ho. Das ist echt lang, ne? Ja, das ist sehr lang. Wie startet ihr jetzt hinten, C? Was machst du für eine Strategie hinten? Ja, ich überlege halt gerade, ne? Kannst du halt eigentlich überhaupt nicht planen mit dem Scheiß-Safety-Kar hin und her. Du machst jetzt Gelb-Weiß, Walle, oder was? Das schlägt er mir vor. Ich fahre jetzt erstmal mit Gelbem los und gucke, was passiert. Jungs, jetzt aufs Rennen konzentrieren. Los geht's, komm. No Heroics, interessante Wort, please. Ich habe ein bisschen Angst. Wenn ich Kurve 1 überlebe, dann müssen wir nur vorne wegfahren. Wer ist jetzt bereit gedrückt wieder hier? Wie viele Minuten wolltest du jetzt hier noch reifen? Ja, wenn ich die Regeln richtig verstanden habe, bin ich derjenige, der auch bereit drückt, wenn es losgeht. So, jetzt in der Einführungsrunde. DNF geht nicht, gell? Es ist, glaube ich, meine allererste Pole tatsächlich im Walle-GP. Ja. Ja, der Haas kommt. Und das in Monaco, Alter. Mit großen Schritten. Das kannst du dir nicht aussenken. Wenn du jetzt die Boxenstopp-Strategie richtig machst, dann ist das dein Sieg. Na ja, heile bleiben. Vorne heile bleiben. Die Stadt-Zielsieg einfach, meinst du? Ich sehe nur leider Oli schon am Start auf mir vorbeiziehen, weil der rote hat. Und dann ist der vorne. Machst du jetzt hier einen Grand Slam Walle oder wie ist das? Das ist auch der Wix. Ich habe blaues Symbol, das ist bestimmt gut, oder? Immer gut. Stellt jemand von euch noch den Abtrieb für einen Boxenstopp hoch? Ist der eine, der immer drei Sekunden schneller gefahren ist, nicht dabei? Nein, du meinst Flatsch, der ist nicht dabei. Bin ich gerade am Überlegen C. Normalerweise bin ich glaube ich auf 9 oder 10 oder 11 bin ich normalerweise. Na, wann? Ich habe Angst vor Oli. Ich glaube, der wird direkt versuchen, aggressiv hier reinzuziehen. Ich habe Angst vor allem. Meine Rose ist voll. Gutes Rennen euch. Fahrt vorsichtig, passt aufeinander auf. Ah, Boncori fährt am Start rückwärts. Also bei mir war schon ewig grün. Ja, ja, ja. Ich habe mir die erste Verwarnung in der ersten Kurve direkt geholt. Ich bin froh, dass es dir nicht so ging wie mir. Elodie hat die Session verlassen. Janik, kannst du das hören? Ja, 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 ja. Ficken. Die Spitzkehre ist halt hier hinten wie im Stop and Go Verkehr, ne? Ja. So wie immer in Monaco wahrscheinlich und nicht wie wenn Formel 1 ist. Sie hat es einmal gut Plätze gut gemacht. Kannst du mich mal zu Sofa-Camper in den Channel schieben, dass ich den nervös machen kann? Nix. Ich kann das gerne selber machen. Ich kann darüber gehen und mal ein bisschen nachfragen, ja. Bis jetzt die meisten Plätze gut gemacht. Was bin ich von 12 auf 9 oder was, Gell? Jo. Tja, jetzt geht es halt los. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier jemanden in meinem Nacken. Wer ist hinter dir? Harry. Der aber tendenziell nicht vorbeikommt, außer ich mache einen Fehler oder er rammt irgendwo rein. Das ist halt jetzt Monaco. Ach, einfach Undercut. Möchtest du übrigens mal anmerken? Runde 2, kein Safety-Car. Und nur einer in der Box bis jetzt. Ja, ich bin auch ausstaunt. Ja, ich wurde aufgeschoben, deswegen ist mein Flügelschratt gegangen. Und dann habe ich mich nach dem Tunnel rausgedreht. Aber ein Schein gerade tatsächlich der Einzige. Die anderen haben auch Flügelschratt vor mir, aber sind wohl noch nicht. Was ist eigentlich mit Boncori jetzt passiert? Der fährt als Bot. Der ist beim Start rückwärts gefahren. Ja, bei mir wurde auch rückwärts fahrend angezeigt. Das war halt der Bot. Ja, aber also richtig rückwärts, so wie Radler. Melodie hat dies da schon verlassen. Und zwar ein paar Meter. Steini? Steini sich gemutet? Nee. Ich will doch nicht mit dir reden. Kann ich verstehen. Geil dir? Welcher Platz? Nö, vier. Musst du doch sehen bei dir. Ich gucke nicht, ich gucke Strecke. Ich muss einlaufen, hast du denn beide? Kannst du mal schauen. Steini hängt hinter mir auf sechs fest. Perry hat halt richtig Bock auf der DRS gerade. Er versucht es immer wieder, aber es ist halt kein Platz. Ein weiterer Ferrari war in der Box. Ja. Auf Boot gekriegt. Das kann dir halt auch passieren. Irgendein langsamer Fahrer geht in die Box, kommt vor dir raus. Jupp. Aber ich habe Förthermore gerade so gerade eben auf Startziel gekriegt, ey. Das ist so knapp. Wen hast du gekriegt? Förthermore auf Startziel. Nur so gerade eben habe ich den überhaupt gekriegt. Ja, gerade Startziel, Förthermore, Ferrari, äh Ferrari, Mercedes, der gibt halt Vollgas. Ist halt schnell, ne? Ja. Oh, der Flügel wächst bei McLaren. Welchen Bot ist der Boncori-Bot-Platz, meine ich? 15. Was war das nochmal für ein Auto? Renault. Ah ja. Gut, alle dahinter haben halt schon gestoppt oder sind Förthermore. Wobei, der hat auch gestoppt. Ne, der war auch in der Box, glaube ich. Alle dahinter haben gestoppt oder sind Förthermore. Ne, der war auch so. Muss ja. Oha, wo ist Sofa-Camper hin? Auf die 7. Ach, Steini war an der Box, oder was? Ne, Steini hat gerade Dive-Bomb gemacht. Hä, wie ist Sofa-Camper auf die 7 vorgefahren? Steini hat Dive-Bomb gemacht? Und hat da beim Rätsel verloren, oder was? Die haben da eine Perlenkette von Sly bis Steini. Vier Leute. Na, ich bin jetzt auch nicht gerade weit weg. Bestimmt. Trau mich doch nicht näher ran. Ja, keine Lust da jetzt hinten drauf zu ballern, ne? Wegen... Ach, und Stormrider ist noch hinter dir. Ja, ja. Den halte ich im Zweifelsfall bestimmt auf. Bei so arktisch ist er jetzt gar nicht mehr, gar. Für Walle steht in Kürze. Ja, ob es heißt in Kürze. Die ist schon die erste Überrundung, Mann. Was steht für mich? Die erste Überrundung an, weit ist nicht mehr. Krass, der Biedt ist schon. Ich gebremse gerade von den... Von dem Verkehr hier. ... schon in der Box war. Ja, ja. Alter, diese roten Reifen sind schon im Eimer. Ja, ja, die Reifen sind ziemlich schnell im Eimer. Deswegen sage ich ja rot-gelb, sehe ich hier nicht so als... In der echten Formel 1 kriegen die das zwar hin, aber hier... Ja, gut, die können aber auch gute Reifen schon. Ich kriege aber Perry auch nicht abgehangen. Nee, ist eng zu schnudig, aber hinter euch ist schon eine ordentliche Lücke. Zumindest noch kein Flügelschaden. Ich fahre weiter sauber meine Runden. Nein! Ach, die Reifen sind gar nicht am Ende. Die Reifen sind heiß. Jetzt habe ich rechts diesen scheiß Ding getroffen, wenn man zu eng die Kurve fährt, ne? Letzte Kurve? Ja, zwei Plätze verloren. War ich gerade so gut unterwegs. Flügel kaputt? Nee, aber... Doch. Ach Gott, angeblich der Flügel gelb, weil ich mit einem Kmh jetzt rechts die Wand gerührt habe, oder was? Das Ding ist halt auch mit abnutzenden Reifen und heißen Reifen und so. Hast du plötzlich mal eine Kurve anders verkalkuliert? Ja, ich bin da einfach nur zu eng um die Kurve, weißt du? Und bin innen hängen geblieben, wieder mit dem Heck. Und der letzten da. Ja, ich meine jetzt auch so für mich, ich fahre gerade sauber meine Runden, aber... Wenn es dann halt mal plötzlich heiß wird, oder... Abnutzung oder so, plötzlich kriegst du die Kurve nicht so wie vorher und dann... hast du einen Flügelschaden. Aber ihr beide habt euch da vorne schon gut abgesetzt. Wobei, egal, dir meint ihr ja gerade, das ist nicht die Abnutzung, sondern die Temperatur. Ja, ja, die Reifen sind bei mir zu warm. Ich frage mich aber trotzdem, wie das Spiel meint. Ich soll bis Runde 11 mit dem fallen. Ich habe jetzt schon 60% vorne links. Ja, ich war jetzt auch vier Runden draußen und habe über 30%. Ach, Perry, mach doch mal einen Fehler. Dann habe ich nicht so Druck hier vorne. Mehr Druck im Kessel. Die gewinnt aber krass auf die Gruppe dahinter. Also, die meint, setzen sich immer weiter ab, oder was? Ja, ja, also Perry hat jetzt schon viereinhalb Sekunden auf Olli Nato. Und nochmal vier Sekunden dahinter ist Galdir. Olli Nato ist vier Sekunden vor Galdir. Ich fahre hier mein eigenes Rennen. Und Slice nochmal 7 dahinter, also da vorne ist es gerade relativ alleine. Das Lai fängt es dann an, ein bisschen gruppeliger zu werden. Bis, ja, bis Stromreiter dann und dann kommst du. Ja, mit gelbem Flügel halt so. Ich befürchte halt den Undercut von Perry. Der ist auch aufgelbend. Der geht bestimmt eine Runde früher als ich und dann hat er mich. Und er kann aussuchen, wann. Na eben. Das ist das Problem. Es ist einfach knallen, wenn er reingeht. Er ist weg, Andi, doch nicht. Ihnen könnte sogar vielleicht ja ein Aufercut reichen, wenn er wirklich schneller ist. Ich habe ihn gerade kurz nicht mehr gesehen. Das ist ja gerade aus dem DHS raus. Selbst mit DHS kommst du ja. DHS ist nicht der entscheidende Faktor hier. Ne, klar, aber es ist halt die eine Sekunde. Wobei die jetzt doch knapp wieder haben könnte. Ja, grundsätzlich ist er aktuell schneller als ich. Kommt noch nicht vorbei. Das würde ich geben, wenn ich jetzt mal Jeff reden hören könnte. Das ist ja immer noch bei dir nicht. Kannst du mal so insgesamt grob sagen, ob es schon Strafen gibt, Janik? Ohne zu sagen, wer welche hat. Rennleitung, es gibt ein, zwei, drei, drei Zeitstrafen. Für drei verschiedene Leute. Stein, die ist in der Box. Ja, drei Leute sind gerade in der Box hintereinander. Was mir halt das Rennen auch kosten könnte, ist, wenn jetzt gleich einer langsam vor mich rauskommt aus der Box. Einer, der langsam ist, weißt du? Müssen wir mal mit deinem Rennstrategen besprechen. Wobei, warte mal, dann bin ich ja, dann sind wir geghostet. Die Überrundeten sind ja egal, genau. Wenn es nur eine Anzeige geben würde, wo drin steht, wo man ungefähr rauskommt bei einem Boxenstar. Das wäre ja... Was? Jetzt kommen wir hier nicht mit Logik an, ja? Dafür müsste man halt nur den richtigen Reiter finden, weil er, ne? Ich habe den offen. Ist Scorpion bei uns im Channel? Nee, die sitzen im Racing Point. Das war gerade knapp, ey. Der hat viel früher gebremst als ich. Jawohl, da war der Schaltvorgang in neutral. In Rascals? Wir hatten noch kein Safety Car. Was ist da los? Wir gehen hier rein raus bei uns. Hallo, hört ihr mich wieder? Ja. Geil. Ich habe die ganze Zeit... keinen Song gehabt, ey. Ach, deswegen hat Steini nicht geantwortet. Ich wollte gerade sagen, Steini springt plötzlich mitten bei mir ein. What? Jetzt wird es lustig. Ja, jetzt fängt das Mittelfeld an zu stoppen. 70% auf dem linken Reifen. Bis wann willst du draußen bleiben? Gar nicht mehr jetzt. Nee, nicht mehr. Das ist die letzte Runde. Ja, gut. Du fährst ja schon seitdem die 60 haben. Mit 60 bin ich, glaube ich, noch gar nicht gefahren in dem Spiel. Ich kriege Perry nicht weg. Ah, jetzt hört man doch wieder das aggressive Schalten. Ich mute mich gleich. Nee, nee, kein Problem. Ich habe nur gemeint, jetzt hört man nicht wieder. Ja, war irgendwie geil. Die ganzen ersten Runden hatte ich keinen Spielsound, gar nichts. Mein Headset ist irgendwie rausgegangen. Hast du ein Funk-Headset? Nee, Kabel. Das hat sich irgendwie gelöst von dem Port. Ach so, Stecker raus, Leute. Jo. Ach, deine Mutter hat eine Zeitstrafe. Nee, das warst du. Oh, die Reifen sind aber noch zacko. Da kannst du noch lange fahren. Woop. 72 Prozent. Rein. Da kannst du noch lange fahren, geil dir. 25. Alter, was ist mit dir? Aber das sind halt Gelmeer als Rote, ne? Ja, trotzdem. Wie flüsterst du denn so zu den Reifen? Meine haben 18 vorne. Jawohl, ein Platz verloren. C ist vor mir. Geil. C, zieh mich mal mit. Tja, weißt du ja geil dir, was dir jetzt droht, ne? Nee, ich weiß ja. Du kannst ja vernünftig falten. Jetzt wäre ich nach dem Boxenstopp schon dritter. Ich überhole über Runde Förder, aber jetzt schon. Woha. Was wärst du eben gewesen? Vierter? Vierter, ja. Ja, ich war ja drin. Ja, du wirst ja jetzt wohl aktuell nicht nach dem Boxenstopp gucken, Alter, ne? Nee. Macht ja wohl keinen Sinn, ne? Nee. Ich überrunde Förder ganz zum zweiten Mal. Ja. Hä? Bist du sicher? Ja. Ja. Ja, ist auch so. Ich dachte, er war vielleicht zwischendrin. Ich bin jetzt schon der 16. Aber ich war ja nicht in der Box. Hättest du ja in der Box sein müssen, dass das nicht so ist, ja. Wenn der 16. schon den letzten überholt hat, dann überrundet hat, dann... Hä, hab ich schon jemanden überrundet? Ja, ja. Ich hab grad den Fördermau überrundet. Jeder hat den Fördermau überrundet. Gott, ich flüg jetzt hier gleich durch. Oh nein. Nicht zu eng fahren, du Hurensohn. Ich sehe nix. Hier ist alles voller Leute jetzt. Ich nehme mir Geister. Oh, das wird jetzt richtig unangenehm hier. Ich fahr jetzt hier durch die ganzen Geister durch. Ich stehe mir vor, du müsstest hier nicht anders wenigstens. Ja, war eine gute Idee hier. Das wäre nochmal pures Chaos, wenn die alle nicht geghostet wären. Ich hab gesagt Ghosting aus, aber keiner wollte. Oh, gelbe Flagge. Ja, hinter mir haben sie sich irgendwie raus. Der McLaren hat sich zerlegt hinter dir. Ich will die Info hören, Perry hat sich zerlegt. Nee, der ist leider weggekommen. Ist aber nicht nett hier. Och, schieb dir denn? Was ist das denn? Olsen. Naja, nee, ich wünsch's ihm nicht, aber es ist halt... Ich hab die ganze Zeit Druck von hinten, das ist so unangenehm. Mehr Druck im Kessel. Mein Hinterstübchen steht so unter Druck. Ist das eingebuttert, oder wie sieht's aus? Es steht unter Druck. Hm, warte. Hä? Hast du das eingebuttert, dein Hinterstübchen, oder wie ist das? Damit's besser flutscht. Oh Gott, ich hab Olinator im Genick. Und der war schon... Ja, halt den mal schön auf, weil jetzt hat er mich gleich im Genick. Ich seh schon, P3 ist möglich. Mehr Druck im Kessel. Wenn du perfekt für ne Runde anbremst, lenken willst und plötzlich einfach von hinten in die Wand geschoben wirst. Das ist bitter, ja. Hab dadurch meinen Platz gegen Olsen verloren. Was mach ich jetzt? Lass ich die Leute jetzt hier vorbei, weil ich weiß, die sind schneller, oder wenn ich so ein Ass sehen, lass die Leute nicht vorbei. Das musst du selbst entscheiden. Oder lass ich nur Olinator vorbei, dann galt dir nicht. Es gibt keine Stallorder, jeder darf sein Rennen fahren. Ja, Stallorder gibt's eigentlich auch nur Team Intended. Ja, ne, es gibt auch keine Ansager von uns, dass man vorbeilassen muss, aber... Wenn natürlich jemand sehr viel schneller ist, ist das natürlich schon ehrenwert, aber... Zolang's halt für einen selber auch noch in Position... Ich weiß halt nicht, wo ich am besten jemanden vorbeilassen kann, ohne... Ja, im Tunnel jetzt zum Beispiel. Er ist halt nicht schnell genug, ne, um einfach wenig zu fahren. Er nimmt ja den Windschatten mit, ja. Jetzt kommt er in. Ich hab halt die Hoffnung, dass Perry mehr Reifenabnutzung hat, als ich... Schön in die Box gerutscht. Oh mein Gott, Ness. Boah, was heißt denn? Boah, Alter, geil, da wolltest du das aber wissen, ey. Ja, sicher. Was ist passiert? Hat er die Brechstange rausgeholt, oder? Geil, der ist parallel mit Olli das Schwimmbad gefahren, so ein bisschen. Ja, hallo? Keiner mit Schaden, ohne Berührung, also wenn das kein Racing ist. Geh, pass auf. Ja, aber mit bisschen Kackstift, oder? Äh, ordentlich Kackstift, ey. Boah, da sticht er in rein. Ordinator ist aber... Okay, wir setzen uns langsam ab auf Perry, das ist sehr gut. Zwei Sekunden schon. Ich glaub, Ordinator wird grad ein bisschen wahnsinnig. Also ich merk schon, der hat entschieden, uns nicht vorbeizulassen. Das ist immer nach Racing. Racing Point. Ja, der auch. Soll ich jetzt durch euch alle durchfahren, um euch zu irritieren? Au, au, Olli, leckt bei mir rum. Au, au. Und irgendeiner ist in mir drin. Ja, ich. Weil ich hinten von hinten Stress kriege. So, ich hab jetzt mal Ordinator vorbeigelassen. Geil, der ist not amused. Nee, nicht wirklich. Oh, C, supi. Oh, C, supi. Oh, C. War ich das, der C? Weiß ich nicht. C ist wohl zu eng reingefahren. Ich wollte auf jeden Fall Gallier vorbeilassen und hab mich dabei gedreht, natürlich. Ja, der Linke aus meiner Sicht hat so ausgeschaut, als wenn der Linke reist. Das hat natürlich Sofa-Keeper mich noch fast von der Strecke geknallt, weil er jetzt natürlich gemeint hat, der muss unbedingt da vorbeiziehen noch. Auf jeden Fall sorry. Hab mir meinen Flügel jetzt richtig gelb gemacht. Ja, das ist halt genau das, wenn du halt die Leute vorbeilässt, fickt's dich halt hart, wenn du Pech hast, ne? Was war denn da jetzt mit Sofa los? Hm, der hat sich... Ja, ich hab erst Olli vorbeigelassen, dann Gallier, dabei hat's mich da nochmal gedreht, mein Flügel richtig gelb gemacht und dann... ... bin ich hier da losgefahren, dann hat Sofa mich nochmal fast weggeknallt. Das ist eh davon vorbei, wenn dein Flügel extrem kaputt ist. Hm, ja, wo machen wir das denn am besten? Ah, warte mal. Fahr mal hier außen jetzt einfach vor innen rein. Ja, da kommt... Da muss ich keine... Warte, wie hast du denn jetzt so viel Zeit auf Pärchen rausgeholt? Ich glaube einfach, dass deine Reifen schneller abbauen als meine. Ich bin ja der Reifenflüsterer. Oh, möglich. Ich sehe, weil du schon auf P1 zum Ziel bist. Ruhe! Spann dich. Ich hab jetzt halt selbst mein Rennen kaputt gemacht nochmal, indem ich halt die Leute vorbeilassen wollte. Das ist halt, ja. Bitter. Hättest auch Startziel machen müssen vielleicht. Ja, ich wollte halt Gallier nicht bis dahin noch aufhalten, weißt du? Hab halt Olli Nato im Tunnel vorbeigelassen. Und Gallier hat's nicht geschafft, ne? Ne. Fährst du jetzt weiter mit dem kaputten Flügel? Ja, im Moment falle ich erstmal noch. Gucken, wie ist der? Okay, hier vorne rechts ist er orange. Lass uns jetzt mal hier erst die Georgien vorbei. Oh, ich überhole Förster mal zum zweiten Mal, was ist denn da los? Also, der gelbe Reifen hält sehr gut. Das kann ich bestätigen. Also, gelb rot kannst du definitiv hören. Naja, der rote baut halt so schnell ab. Ja. Mir wurde halt gesagt, gelben Reifen für... 27 Runden oder so. Ja, ja. 30 ist er so. Aber da hieß es halt auch, bei 27 Runden hat er über 70%. Weil der rote ging eigentlich auch, ich bin jetzt 10 Runden mit ihm gefahren. Hätte man auch noch 1, 2 Runden länger ziehen können, ne? Ja, ich bin auch 10 Runden. 10, 11 Runden hab ich geschafft mit dem roten. Aber dann war der aber auch bei 65 oder so. Also sind für Walle auf jeden Fall 11 Runden drin mit rot. Aber C, stell den Abtrieb definitiv ein höher. Ist besser. Ich weiß halt jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich hab halt jetzt links, gelb, rechts, orange und Flügel. Ja, dann fährst du eigentlich rein. Du bist auf gelb gestartet, ne? Ja. Kann ja halt theoretisch jetzt entweder nur auf Weiß wechseln. Oder noch 2 Stops machen, ne? Ja, 2 Stops ist halt auch doof hier. Aber ich glaub mit 2 Stop ist das schneller, als wenn du auf Weiße gehst. Parry ist jetzt rein auf Weiße, ne? Wer war das, der auf Weiß gestartet ist? Äh, Baldu. Aber der ist auch mittlerweile... Okay, müssen wir alle ein bisschen weniger quatschen, bitte. Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Auf einmal wird hier geschwitzt. Also Jeff will in die Box mit Weiß. Und das Problem ist, wie viele Runden haben wir? 19. Ich muss also noch 20 Runden. Boah, der ist schon weniger quatschen und fängt selbst an zu quatschen. Ja, ich bin die ganze Zeit leise. Ihr blabert nur rum. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren hier. Wenn ich gelb-rot machen will, Galder, dann muss ich aber ja die gelben ziehen bis Runde 27. Mindestens. Und dann hast du noch ziemlich abgenutzte Rote danach. Musst du immer noch zwölf Runden schaffen mit Rot, ja. Und zehn, bei zehn Runden war bei mir 65 Prozent. Also gehe ich bald rein und auf Weiße. Aber das waren keine frischen Roten bei dir, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh ja, da gehe ich auf Weiße jetzt. Eben hat er gesagt, Weiße sind Schmutz. Ja, der hintermant ist auch auf Weiß gegangen. Bleib nur vor ihm. Fertig. Ja, meine Aussage mit dem Weißen bezog sich halt auf C, der einen kaputten Flügel hat. Aber die Weißen sind halt extrem langsam. Da bist du mit zwei Stoppen wahrscheinlich schneller. Zwei Prozent pro Runde. Zwei Prozent Abnutzung pro Runde, das heißt, wie viele Runden muss ich noch? Zehn Runden. 20 Prozent, dann sind wir bei 60. Die gelben auf 60, das geht aber. Das ist so irritierend, wenn ein Geist vor dir herfährt. Der müsste doch auch langsam mal vorbeilassen, weil der Strafenunende gerade kassiert. Das Ding ist halt, Perry zieht wahrscheinlich ran. Ich habe hier eine Dreiviertelrunde blaue Flagge gehabt und habe keine einzige Strafe gehabt. Die lassen nach. Ich glaube, ich muss rein. Warte auf jeden Fall nicht zu lang mit deiner Entscheidung. Das könnte schon zu spät sein. Gelbe Flagge. Für Weiße definitiv. Scheiße. Boxt, 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 boxt. Ja, aber das heißt definitiv. Ich bin jetzt halt so ein Zwischending. Ja, so Perrys Undercut dürfte jetzt funktioniert haben. Ja, ja, klar. Strategie. Alter, Strategie ändern. Alter, ist Olli schnell. Boxt, 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 boxt. Ach, die ganze Zeit, boxt, 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 boxt. Ach so. Klasse. Du musst jetzt eigentlich auf rot setzen. Box, boxt, 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 boxt. Ja, wir haben uns zu lang gezögert. Jetzt muss ich eigentlich warten, ja. Wenn du sagst 1-2% Abnutzung nur. Okay, wenn wir elf Runden rot machen. Bei deinen Reifenflüstern sollte das gehen. Und du hast frische Reifen. Alter, hab ich das gerade abgelenkt, dass Stormrailer mir rumgefahren ist. Ja, das ist verdammt irritierend. Ah, Perry holt halt auf. Steini, du überrundest mich schon, gell? Die Frage ist, ob du da mit rot nochmal rankommst, ne? Steini ist auf jeden Fall hinter dir, was Positionen angeht. Rankommen ist egal, du kommst nicht vorbei. Box, 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 box. Steini ist neunter. Box, 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 box. Dann wäre auch ein Red Bull in die Top 10 gekommen. Ja, nee, kannst du mal bitte den nächsten, der Box, box macht, im Chat bundle. Muss man jetzt box hier als forbidden word hinzufügen, oder was? Nee, nur den Sound Command. Ach, den Sound Command machen die. Ich dachte, die schreiben einfach nur, oder die aktivieren. Ja, wir haben den Point of No Return eh verpasst jetzt. Das ist halt egal, Jungs, im Chat. Wir sind zu spät. Was macht denn du ja? Jetzt auf Weiße gehen bringt mir auch nichts. Jetzt müssen wir ziehen. Jetzt haben wir uns zu spät entschieden. Jetzt müssen wir ziehen. Der Undercut war sowieso schon vor ein paar Runden komplett. Habs Perry ist eh schon vorbei. Wenn er keinen Fehler macht, gewinnt er das Rennen. Fahrer hinter mir. Nein! Fahrer hinter mir! Du hast mein Gesicht. Du hast deinem Hintermann beträgt 11,6 Sekunden. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind sieben Runden alt. Die letzte Runde... Ist ein Drecksgang. Einfach nur ein Drecksgang. Schmutz. 15,4. Der Wagen hat eine Zeitstrafe von 3,0. Am Ende werden 3 Sekunden auf die Gesamtzeit draufgelegt. Perry hat 3 Sekunden Zeitstrafe. Das heißt, wenn wir durchhalten, ich habe 2 Verwarnungen. Und keine Zeitstrafe kriegen. Und reingehen auf frische Rote und an ihn rankommen. Gewinnen wir trotzdem. Oder erlicht einen Flügel auf Start zielen. Jetzt gehen die Mindgames los. Janik, da hat einer Boxbox gemacht. Hier liegen überall Flügel. Ja. Ich glaube, eine Nalle ist da dran. Ja. Wer ist es? Chemical Brother. Ja, einmal bitte Time Out für den Tag. Das kann die Janik nicht. Dann eine Nalle ist dran. Janik kann nur Knöpfen drücken. 10 Minuten. Ja, ich... Wenn es so ein schönes Modfenster geben würde. Ach ja, gibt es ja. Ja. An dieser Mod-Ansicht bin ich ja nicht ganz warm geworden. Oh, doch. Ziemlich schnell rein. Ist ganz angenehm. Wie viele sind DNF bis jetzt? Niemand. 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 Keiner. Also halt, wenn man jetzt den Boncori-Bot rausnimmt. Ja, klar. Alle 19 sind noch da. Wieso überrunde ich denn jetzt Stromreiter? Was sind die alle so weit hinten? Nicht so hier im Netz zu flexen. Daumen, da ist der siebte, also... Ne? Hat Hamilton nicht in Spanien auch alle bis auf das Podium überholt? Überrundet? Unfair stoppen. Ja, aber gerade hier ist halt schon krass der Vorteil, wenn du vorne wegfahren kannst, hast du die ganze Zeit frei. Wenn du auf siebte da ist oder so, ich will nicht wissen, wie oft der irgendwo... Und warst du halt noch nicht in der Boxbox, ne? Ja. Das ist richtig. Der letzte ist dreimal überrundet worden, der vorletzte zweimal und dann bis Platz 7 hoch einmal. Ich weiß gar nicht, weil er mich überrundet hat, muss ich da auch gerade in der Boxbox gewesen sein. Ne, bin durchgefahren. Echt? Ja. So, die Gelben haben jetzt... Ich hab fast durchgefahren. Äh, ne, ne. Die Gelben haben jetzt 59%, ich geh jetzt auf rote. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. 59 würde doch immer noch gehen, oder? Ich würde noch eine Runde warten. Oder? Ich weiß nicht, wie schnell die Runde... Das sind 10 Runden. Vor allem wird's jetzt sogar eng mit dem Podium, wenn der Mann. Gut, du musst ja wissen, was du für Zeiten fährst und so auch, ne? Ich bin 59, geht noch. Geil, den nicht erschrecken, ich bin gleich in dir drin. Oh, geil, danke. Sexy. Das ist halt absolut verwirrend, die Geister immer. Ja, Jungs, also Chat ist maximal mad wahrscheinlich, ich lese es auch gerade nicht. Aber das Ding ist halt, wenn, hätten wir früher reingehen müssen, reingehen müssen. Entweder sofort nach Parry oder halt. Es war eh schon zu spät. Wir haben eh schon zu lange gewartet. Und dann ist es Quatsch, dann so spät auf Weiße, dann haben wir jetzt versucht, machen wir es halt so. Jetzt wird es vielleicht sogar eng mit dem Podium. Boah, das macht mich jetzt halt voll fertig, Steini. Boah. Weil er hätte, wenn direkt hinter Parry eine Runde spät. Boah, das war aber ganz knapp mit Oli. Ja, jetzt bist du doch safe auf dem Zweiten. Was geil wird du hast. Ja, Oli kam genau in dem Moment, das war eine Millisekunde. Hat nur versucht reinzustechen, weil er wusste genau, was Sache ist, glaube ich. Das Ding ist halt, wenn ich es schaffe, an Parry ranzukommen, der hat eine Zeitstrafe. Ah, jetzt habe ich einen Flügelschaden. Steini, gib mal Gas. Und irritier mal ein bisschen den Oli. Das ist so eine wilde Scheiße. Weil der darf nur drei Sekunden vor mir sein. Nicht an die Wand fahren. Ach, Mann. Ich versuch's. Das erste Mal wieder aufholen, hier. Steini galt dir überrundet, oder ist das zurückgerundet, oder anderswo? Zurückgerundet. Ah, okay. Steini war doch einmal als KI fahrend. So fahr immer noch auf der Sie. Falsches Auto. Wobei, wenn ich da nicht diese Missgeschicke gehabt hätte, wäre ich vielleicht auch perwärts weiter vorne. Überlegt, der Flügelwechsel sind sechs, sieben Sekunden, ja. Ja, die ganze Zeit, die ich verloren habe, wurden jetzt zwei Reifen. Da wären die Top Ten vielleicht drin, ja. Das Ganze geghosted, nicht geghosted, irritiert total. Ja, du musst genau hingucken, ist das jetzt einer von meiner Runde, oder? Sieg oder nicht, entscheidet sich jetzt davon, ob ich meine dritte Warnung kriege. Oli hat auch eine Zeitstrafe, ne? Meinst du die drei Sekunden, holst du noch in den sieben Runden? Also, Abstand? Möglich ist vieles. Ich weiß ja auch nicht, wie die Reifen bei ihm so sind inzwischen, ne? Der ist halt 14 auf dem weißen. Der fährt weiß. Ja. Wenn ich keine Strafe kriege, müssen wir nur auf drei Sekunden an Perry rankommen und haben gewonnen. Also nur, leichter gesagt, als getan, aber... Gewinn durch Zeitstrafe fühlt sich ja nicht so gut an wie Gewinn-Gewinn, oder? Och, das fühlt sich super an. Das würde ich mitnehmen. Ja, ich habe 4,8 auf Perry und brauche drei. Rund 140er Puls. Das ist aber noch wenig. Bin da noch ein paar Runden. Kommt, das quietschen die ganze Zeit vor mir, oder ist das Stein? Das Stein ist, das Stein, ja. Ich sehe die ganze Zeit mein Lenkrad fliegt hier gleich auseinander. Da ist auf einmal so ein halbes Lenk gerade in der Hand. Alter, diese Geister in der Haarnadel, die irritieren, weil du nichts von der Strecke mehr siehst. Wir ziehen noch raus. Aber es ist essential, dass ich auch keine Verwarnung mehr kriege. Ich habe nämlich schon zwei. Das ist natürlich, äh, keine gute Situation. Nee. Also reinschützen wir jetzt zum Aufholen und weißt, wenn du einmal... Ich bin überrascht, so weil ich das sehe, hat Skorpion noch keine. Aber wir kommen näher. Grüne Flagge. Wir kommen näher. Ja, jetzt ist Olli auch schon 7,2 Sekunden weg, ey. Also ich muss ja mal sagen, Ryder und Lucky Spike die ganze Zeit extrem fair auch Platz gemacht. Muss man mal sagen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Was wollt ihr? Chat! Was ist mit euch? Hallo, Eckbahn. Ist so. Ist so. Was glaubst du denn? Könnte es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh Mann, ey. Musst du jetzt wirklich nicht... Alter, ich sehe mich hier gleich schon in der Wand, weil ich nichts mehr sehe. Wieso geben die mir alle kein DRS? Ich verstehe es nicht. Also mir geben die Geister alle DRS. Der Stromreiter rutscht seit 25 Runden auf seinen Weißen rum. Ja, aber 25 Runden ist kein Problem mit Weißen. Ich habe 29 mit Gelbem gemacht. Ja, du. Du hast aber auch keine Referenz. Ich habe auch 29 auf Gelb. Der 29 auf Gelb ist ja schon fast gewollt. Also ist gewollt. Ich werde gleich auch mal eine 29 Runden auf Gelb gehabt haben. Sind da die Qualifying-Runden mit eingezählt worden oder? Fahrer vor mir. Habe ich wieder mein Schnellladegerät für das DRS vergessen? Wieso sagt die Tante 6,0 an, das fährt in 3 Sekunden aufgerechnet? Wieso denn da nicht 6 Stunden? Das ist immer so. Aber es sind dann 6. Oh, das ist eine crucial Info. Hat Perry jetzt 6 Sekunden? Zumindest laut Jeff. Und seine Rücksteinwerfer sehe ich auch schon. Oha. Wie ist die Sache? Die Reifen am Ende, wer weiß. Hallo Perry. Klasse. Wallye hier. Was machst du jetzt? Gehst du jetzt voll Risiko, oder? Ich muss den nicht überholen. Also machst du gechillt hinterher, oder? Ja. Bist du ohne Strafen? Brauchst du dieselbe Strategie gefangen? Wusstest du sowas schon? Brauchst, 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 brauchst. Brauchst, brauchst. Brauchst, brauchst. Ich wusste, dass du 3 Sekunden hast. Ja. Ne, die Boxenstrategie, die war ja... Die Boxenstrategie war einfach lost, weil ich nicht so genau wusste. Mach ich jetzt gelb-weiß, oder? Kann ich gelb-rot tatsächlich fahren? Ohne die Strafen wäre ja eng geworden. Ja, ich war halt zu spät in der Box, aber das war schon früh der Fehler, sozusagen. Und dann noch auf weiße reinzugehen, wäre auch blutungen gewesen. Ich habe voll verpennt, auf die schnellste Runde zu gehen. Oh ja, du hast das Platz nach hinten, ne? Ja, eben. Nach hinten bin ich safe, nach vorne komme ich eh nicht dran. Hätte ich die schnellste Runde mitnehmen können noch. Habe ich aber eine Runde zu spät gesehen. Huh, Baby, das ist unsere Final-Lab. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tag ist leer. Da liegt ein toter Ferrari in Kurve 1. Hm. Leider wohl keiner, der vor mir war. Ne. Beide Ferraris sind hinter dir. Ich tauchte plötzlich so ein Spieler mit mir auf. Wo ist eigentlich der Stiefler? Äh, 15. Oder so verholt mich noch. Ist ja nur noch eine Runde oder so. Ja, aber das... Yes! Wow! GG. Ist doch der Puls bei dem Schwitzer da? Wow! 130 mäßig. Schatz, fickt euch! Ich hab... Walle, ich hab doch gesagt, du sieg gewinnst heute mit Ansage hier. ARROU! Ist ja bei ihm der hier aus. Nein! Nein! Äh, ich hab grad fast auf der Startziele hier. So 200 Meter vor dem Ziel, hast du das Auto in die Wand gesetzt. Holy moly, ey. Die erste Schrei war aber auch schön, ey. Deck Gumpa nie. Das war fucking intense. Die erste Strafe kam ja schon recht früh, Perry, ne? Ja, ich hab leider Standbilder einer Schikane gehabt ab und zu mal. Ach! Nicht Standbilder, aber es hat halt geruckelt und dann... Ach! ...fass Feedback so ein bisschen merkwürdig. Walle Williams! Was? Ach, Gott, bin ich nass. Wie geht's denn? Alles Gescheid nicht so fertig gemacht, dass ich fast Platz 4 in die Tonne geworfen hätte. Ruhe. Hätt ich mal keine Strafen, wär ich noch in die 10 gekommen sogar. So! Gleich kommt erstmal der Jyn. Nee, auf die 9. Nee, auf die 11. Gleich kommt der Jyn ohne Tonic aus der Flasche. GG, Walle, GG. Und die nächste Runde müsste es auch noch sein für Walle, wenn Helodis Bug-Runde weggerechnet wird. Nee, ich bin schon dafür, dass die zählt. Die 5-Sekunden-Runde? Ja. Ja, die war gut. Boah, er hat Walle mich in der letzten Runde nochmal richtig mega irritiert aus. La Rolle! Ich hab keinen Strafen. Haben wir tatsächlich jetzt hier Monaco ohne Safety Car gemacht? Monaco ohne Safety Car mit nur einem DNF. Was ist denn da noch? Wir haben nur 5 Leute ohne Strafe. Ach, bin ich nass, Alter. Mal aussehen. Wie hast du, wie hast du, äh, hier sind da 15, 16 Runden. Wie hast du da diese Performance noch aus den Reifen rausbekommen? Ich bin ja komplett zurückgefallen. Mal konzentriert, ich wurde hier die ganze Zeit im Chat zugelabert, ey, im Voice. Aber ich hab halt jetzt die, das Problem ist einfach, du hast ja gelb-weiß gemacht. Ja. Und das wollte ich halt eigentlich auch. Aber irgendwie hab ich dann doch zu lange überlegt, so könnte man auch gelb-rot, dies das, und dann war es eigentlich schon zu spät, noch auf weiße reinzugehen. Also musste ich dann die gelben ziehen und hab die dann auf 60 Prozent bis Runde 29 und dann auf rote. Und dann hatte ich halt das Glück mit den Zeitstrafen noch. Ja, ansonsten wäre mein Strich nie aufgelaufen. Ich hatte zwei Verwarnungen und du hattest drei Sekunden erst. Und ich wusste halt, ich musste dich aufholen, irgendwie drei, vier Sekunden musste ich aufholen und ich darf keine Verwarnung kriegen. Aber dann hast du noch eine Strafe bekommen, deswegen. Äh, genau. Ne, ich hatte in der Schikane, nach dem Tunnel hatte ich immer Rucklauch. Ich hab halt übel aufgepasst, dass ich nicht abkürzte, weil ich so Angst hatte, wenn ich eine Strafe krieg, ist es halt vorbei, ne. Mein Chat war maximal PP, die haben die ganze Zeit Box Box gerufen. Ja, ohne Strafe wäre es aber nicht gut gegangen. Ja, aber ich fahr ja vorsichtig, sodass ich keine Strafen krieg. Das Ding war in den ersten, also ich hab erst gedacht, okay, ich undercutte dich, weil ich hätte eigentlich eine Runde später reingemusst. Ja. Ich dachte, du fährst dieselbe Strategie wie ich, also hab ich gedacht, ich undercutte dich, versuch irgendwie diese zwei Sekunden rauszuholen. Du bist aber nicht in die Box gefahren, ich bin irgendwie fünf Runden auf Fett. Hab ich wieder auf Standard runtergestellt, weil ich konstant auf die Zeitgut gemacht habe. Und irgendwann war ich dann so wie bei, ich glaub, plus 0,2 Runden und dann hab ich wieder auf Standard gefahren und war permanent am ERS-Limit. Ja, ich wollte eigentlich auch gelb-weiß, aber ich hab da dann rum überlegt, so ja, die gelben gehen eigentlich noch gut, man könnte ja noch und dann war es irgendwie schon zu lange überlegt. Dann musste ich quasi durchfahren, weil dann noch auf weiß war auch Quatsch irgendwie. Und dann die ganze Zeit durch diese Ghosts, durch die engen Kurven zu fahren und nicht den Flügel an die Wand zu datchen, das ist echt eine Challenge. Aber ich muss ja sagen, für Monaco lief das ja sehr sauber, hör mal. Kein Safety Car, nix. Bei Perry bin ich nicht losgeworden, ey. Wie viele Runden sind wir da am Anfang hintereinander? Boah, 16, dann hast du irgendwann, dann hab ich irgendwann auf Standard wieder geschaltet. Ich hab mit fast vier Runden Fuel, hab ich angefangen, hab nur Fett hinter dir gefahren, weil ich wollte so schnell, wenn wir die Track Position haben, damit denen keiner mehr vorbeikommt. Hast du im Blick, wie viel Prozent deine Reifen hatten am Ende, Walle? 45, die Roten. Boah, das ist ja aber noch easy, oder? Die Gelben hatten 60, die waren 29 Runden lang. Aber da siehst du mal, wie weit weg du bist von der Prediction vom Game. Die schnellste Runde hatte jetzt Walle, ne? Ja. Wenn Helodius 5,4 Sekunden nicht zählend hat. Freunde, nächstes Wochenende gibt es Baku, die nächste Schmutzstrecke, die ich nicht mag. Also in Baku sichte ich ja tatsächlich in Williams, weil du auch gerade sowas von abkacken wirst. Ich freue mich sehr, hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir den Sieg holen. Danke auf jeden Fall für den ganzen Support. Dankeschön an der Rhone für die absolut übertriebene 50er-Bombe hier zum Sieg. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Kuss. Sorry an alle, die verzweifelt sind während dem Rennen. Am Ende hat es ja doch alles geklappt und ist gut ausgegangen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen den Stream nochmal nachgucken und gucken, was ihr so geschrieben habt währenddessen und wie ihr mitgefiebert habt. Ich denke, da waren einige, die auch ganz gespannt mitgeguckt haben, wie das so mit den Zeiten hingeht und alles. Gott. Geil war es. Schönes Rennen. Ausgerechnet Monaco hätte ich niemals erwartet. Nächste Woche geht es nach Aserbaidschan. Baku, auch eine Strecke, die ich nicht so mag. Vielen, vielen Dank fürs Mitfiebern. Das Ganze kommt natürlich auch irgendwann wieder auf YouTube. Kuss geht raus. Dankeschön fürs Geilsein. Bis heute Abend oder bis morgen. Tendenziell bis morgen.